Hi, Servus, liebe Fans. Willkommen zu einer neuen Folge Was sagst? mit Flo und mir. Ich hoffe, ich werde gewinnen. Viel Spaß heute. Legen wir los. Abseits-Tor. Abseits-Tor. Das sind ja Worte jetzt mal ohne Witz. Ey, da bin ich da. Maßkrug stemmen. Das passt eigentlich, ne? Maßkrug stemmen. Maßkrug stemmen. Maßkrug stemmen. Komm, gescheit. Mach mal gescheit. Es ist gescheit, man. Noch gescheiter gehts. Neues Wort. Nein, nein, noch altes. Einmal noch. Maßkrug stemmen. Sand, was wird? Darf ich das jetzt schon sagen? Darf ich das nicht sagen? Ich bin raus. Okay. Neues. Pfosten. Pfosten. Tja. Das hat aber auch schön rausgelassen. Baumgartlinger. Das weiß ich auch. Baumgartlinger. War es schon? Nein, nein, nein. Ja, das... Aber, stopp. Ich muss eins dazu sagen. Ich hatte echt ein schönes Deutsch und dann ist diese Einbruch. Muss man schon ehrlich sagen. Ich hoffe, dass du auch Deutsch gleich redest und nicht... Kommst du in Ordnung, dann merkt man einfach, dass du... Ich hoffe halt auch, du redest gleich Deutsch und nicht... Ja, das sind schwieriger. Ich äh... Oberbayern. Oberbayern. Schwester, das ist ja Wahnsinn, oder? Das eine noch. Maßkrug stemmen. Nochmal. Maßkrug stemmen. Maßkrug stemmen. Maßkrug stemmen. Ich hab ja vorher nichts verstanden. Vielleicht war die Musik auch aus bei ihm. War Deutsch, ja? Also, brauchst du dich jetzt nicht... Ich kann ja nicht auf Bayerisch lesen. Das geht ja. Ja, ich hoffe, ja. Schau, der sucht jetzt schon wieder Ausreden. Das ist Wahnsinn, ey. Hä? Ausreden suchst du schon wieder. Christian Streich. Christian Streich. Christian Streich. Mach mal schnell runter. Hä? Mach mal schnell runter. Weg. Das war aber nur ein Test. Steh nicht drauf. Wer soll das scheiß machen? Vielleicht ein Bonuspunkt. Schauen wir mal, okay? Digger. Aber... Man kennt gar nichts. Fehlentscheidung. Fehlentscheidung. Alter, das ist... Hey, der hört hundertprozentig. Hast du gehört? Nein. Okay, stark. Gut gemacht. Latte. Aber jetzt habe ich es eben mehr ausgesprochen. Also... Ne, gut. Sehr gut. Ach was. Ah, Boston und Herzegow wieder. Ja, ja, ja. Ey. Bro, das sind Worte. Alter, so müssen wir am Samstag auch wieder harmonieren, oder? Ja, das passt einfach. Also... Aber jetzt wird es schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Das kennst du glaube ich gar nicht. Ich sage, das kennt ihr gar nicht. Mach nochmal. Riesenrad. 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 Internat. Fast. Internat. Riesenrad. Riesenrad. Nochmal. Du kennst das gar nicht. Du kennst das gar nicht. Du kennst das glaube ich gar nicht. Was kenn ich nicht? Okay. Machen wir das Neue. Ein anderes. Okay. Stopp. Was? Ich brauche Musik. Da ist nichts mehr drauf. Jetzt geht es los. Ich hoffe ich spreche es richtig aus. Zeit nochmal. Retschbetschei. Spielstand. Retschbetschei. Endspieler. Fast. Retschbetschei. Endspielstand. Fast. Fast. Ehrlich. So. Retschbetschei. Endspielstand. Schal. Schalte. Irgendwas. Endspiel. So knapp. Endspiel. Retschbetschei. Retschbetschei. Endspieltor. Ja. Endspieltor. 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 Ja war richtig. Retschbetschei. 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 Oh. Retschbetschei. Retschbetschei. Ich gebe dir noch einen Tipp, mach mal runter, auf dem Oktoberfest gibt es das. Jetzt mach wieder drauf. Oder auch auf andere Volksfeste, auf größere Volksfeste gibt es das. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Wilde Maus bestimmt. Gibt es auch, wie heißt das da, ein Hamburger Dom? Gibt es das auch. Kartoffelsalat oder so? Riesenrad. Riesenrad. Ja, genau. Das war echt geholfen gerade bei dem letzten, ne? Ich würde sagen, er war auch sehr gut, aber das… Aber ich würde sagen, ehrlich, Christian Streich zählt dazu. Ja, das steht aber nicht drauf. Ich wollte nur schauen, ob du auch Bock hast, ob du motiviert bist und das war echt cool. Immer motiviert, nein. Wir haben einen guten Jungen geholt, oder? Muss man sagen. Vom SC Freiburg. Hat riesig Spaß gemacht mit dem Demi, ist er unser Mann momentan. Leider hat er heute nicht gewonnen. Ich hoffe, dass er am Samstag wieder erfolgreicher ist vor der Bude. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ciao. Ciao.